Norddeutscher Rundfunk 2021 Ist es gut? Du hast einen Hupen dran, ich bin der Metzger von dort. Kannst du den Hupen beim Stamm? Das heisst einfach nicht. Haben wir gar keine, oder? Oder ein paar Mal ein wenig Gas geben. Dann hat es Freude. Riecht zu uns in Parade? Ja, gut. So muss ich ihn fragen. Kann ich noch etwas abreiben? Du musst nicht dazu, oder? Süss! Du siehst aber auch nicht viel, oder? Nein, du hattest doch da. Du hattest eher weit hinten, oder? Und da? Das ist ein Königsbedürfnis. Das ist ein Königsbedürfnis. Das ist ein Königsbedürfnis. Das ist ein Königsbedürfnis. Der Mischungen hat ein Königsbedürfnis. Und das ist der Königsbedürfnis. Genau, das ist ein Königsbedürfnis. Wir haben den Großen und Verlangen. im Kanton Aargau. Im Kanton Aargau 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 War es gut? Ich habe 40 Jahre aufgeschaut und dachte, jetzt will ich es mal wissen. Ich bin ja nie aufgefahren. Schade, es reicht nicht. Ja, ja. Es ist ein Irrtatzweg. Ja, ja. Irgendwann schafft es hier. Wirken auf die Bedeutung. Ich bin ja so schön, wie ich sehe. Ich bin ja so schön. Ich bin ja so schön. Ich habe das Bedeutung. Ich habe das Bedeutung. Ich habe die Bedeutung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020